Ey, ey. So, jetzt. Komm hoch, komm hoch. Das habe ich nun davon. So, wieder am Spiel. Und wieder weg. Die Einstellung für die Sensitiv... 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 Jetzt kann ich mich entscheiden. Nein! Komm her, komm her, komm her, komm her. Ist okay, ist okay, ist okay. Moin, moin und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinneninnen. Zu einer Runde Team-Testmatch auf Iwo Jima mit meiner Typ 2A. Endlich freigespielt, also schon eine Weile. Ich habe das auch schon ein bisschen hochgelevelt. Man muss sagen, ist schon ein Monster. Fast. Zu OP. Aber man kennt ja meine Schießkunst. Oh. Jep. Sag ich doch. Was? Tronade rausfeuern. Schießt sich einer mit dem Wolf? Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Au. Au. Ich brenne. Oh, ein Verletzter. Ey, ey. So, jetzt. Komm hoch, komm hoch. Das habe ich nun davon. So. Wieder am Spiel. Au. Und wieder weg. Standard. Verbrecher hinter seinen komischen Säcken. Stirn vor, Leute. Da war einer. Muss ich hinterher? Den knall ich ab. Komm, gib. Nein. Au. Feind liegt in Führung. Schlag zurück, sagt er. Und dann versuchen wir das mal. Aber ich muss sagen. Ich spiele das jetzt gute zwei Monate, aber. Von allen Shootern, die ich bisher gespielt habe, ist Battlefield das schwerste. Und ich habe auch die Einstellung für die Sensitivität noch nicht so richtig raus. Tippelschritte. Bitte, da sind die doch. Komm, komm, komm. Ja, sehr schön. Weiter geht's. Granate raus. Oh, Scheiße. Ey. Oh, der mit der Granate ist noch weg. Weg. Ja, nochmal zur Maus, Sensi. Ich habe das irgendwie... Stelle ich sie zu empfindlich ein. Ist es zwar auf kurze Distanz recht angenehm, aber auf Weite nicht. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Nein. Boah, wo schieße ich denn hin? Menschenskind. Junge, hast du sie gesehen? Wo sind sie? Wo ist der Feind? Granate raus. Einfach mal so. Explodiert natürlich am Arsch der Welt, wo keiner ist. Da oben sind sie. Munition. Komm, Junge, wir stürmen. Stürmen du mal ohne mich. Ah, wir haben die Führung übernommen. Sehr gut. Junge, Junge, Junge. Aber er zündet mich noch an. Junge, ich verstehe kein Wort. Siehst aus wie neu und schon... Ey. Da lag doch noch einer, oder? Oh, der Granate wieder an den Arsch der Welt geheftet. Mal schnell weg. Ich hau ab. Lass uns mal hier gucken. Vielleicht sehen wir ihn ja noch. Ich sehe nichts. Gar nichts. Kleine Japaner haben ihre Bunker zu groß gebaut. Jo. Ja, ja. Alles, was du sagst, Bruder. Nein! Er hatte auch eine Typ 2A. Hat aber besser geschossen als ich. Er hat schon wieder seine Medizin ruckzuck verbraucht. Alter, du fackelst mich noch ab. Sei vorsichtig mit dem Zeug, Junge. Was? Papa! 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 Medizin. Oh! Oh! Komm hier, den Berg hoch. Das schaffen nur geübte Bergsteiger. Granate raus. Kopfschuss. Sehr schön. Da könnte ich mich dran gewöhnen. Oh, da war schon. Oh, da oben ist noch einer. Da ist noch einer. Stürme. Schießt Löcher in die Luft. Nein! Jetzt! Mann, hatte ich ein Glück. Was war... Kumpel, warte, ich komme. Musst mich leiden wie ein Schwein. Mann, aber als Sanitäter kann man das schon vertragen. Keiner zu Hause. Da sind sie. Feuer frei, Feuer frei, Feuer frei. Wo schieße ich hin? Wo schieße ich hin? Da, zack. Ich habe immer das Problem, wenn zwei Leute auftauchen und ich kann mich nicht entscheiden. Was war mit mir los? Lass mich durch, lass mich durch. Oh ja, brennt's. Jetzt. Aber ich muss sagen, Iwo Jima fetzt schon in diesen kleinen Höhlen. Das macht schon Spaß. Achso, das war ein Sack. Ein Sack Reis wahrscheinlich. Alter, wo läufst du hin? Der Feind ist hier oben. Oh, schön. Durch meinen Kameraden durchgeschossen. Das gefällt mir gut. Er ist praktisch mein Schutzschild. Und trotzdem kann ich Kills machen. Das ist nice. Hier wird nicht gerettet. Ist noch einer dann. Wo ist er hin? Gehen wir jetzt hin? So, warte, komm, ich helfe dir. Der war schneller. Gucken wir mal hier schnell in die Löcher, in die Rattenlöcher. Nicht, dass die hier angeschissen kommen. Hinter mir. Ich sehe nichts. Euch schieße es mal. Ey, du brennst. Granate, zack. Komm her, komm her, komm her, komm her. Feind! Ei, 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 ei. Ich fackel mich ab. Rettung naht. Bruder, Rettung. So bin ich. Herzensgut. Mann! Danke, Firma tankt. Oh, Rang 8 mittlerweile schon. Da war einer. Komm, komm, komm. Wenigstens habe ich ihn noch weggeknallt. Wo steht er denn? Danke, danke, mein Bester. Yep. Geht gut. Au! Mann! Wir sind im Arsch des Berges. Ui, wieder schön hindeutig geschossen. Das gefällt mir super. Granate raus, zur Sicherheit. Da läuft er, da läuft er. Munition. Nachladen. Komm, 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 komm. Da! Gib ihm, gib ihm! Das ist der Nächste. Shit. Ja, im Vergleich zu Black Ops 4 ist das hier auch... Finde ich die Gegner irgendwie... Ach, mit der Schrotflinde scheiße. Wie gesagt, Black Ops 4 finde ich irgendwie einfacher. Schon das Sehen der Gegner ist irgendwie... Das ist ja schon... Wie doch dieser Idiot! Und die sehen vor allen Dingen auch immer... Von den Kampfanzügen so aus wie wir irgendwie. So braun, alles braun. Und dann soll sie ja in diesen Höhlensystemen, an den braunen Wänden... ... noch braune Läuter erkennen. Was macht der denn? Aber es ist... Shit, shit, shit. Ist weg. Da sind sie! Oh ja, wenigstens habe ich noch... Volt, Volt 6, Junge. 615 oder wie der hieß. Olympus hat nicht einmal einen Haufen geschossen. Nein! Nein! Verbrannt! Ich brenne! Ich brenne immer noch! Lösch mich! Oh, der ganze Gang brennt! Ja, gut, gut. Jetzt stürmen! Granate raus hier! Und? Ja, bap! Nee. Die Granate ist explodiert, Alter! Bist du dreimal von den Toten auferstanden? Oh, der hat ihn ja... Ich habe zwar keinen gesehen. Da! Das ist... Das meine ich! Hätte er nicht geschossen... Ähm... Man sieht ihn nicht. Ich schieße dich auch ein Stücker! Ein Stücker! Ey, ihr habt zwar noch seinen Schädel getroffen. Ist da oben jemand? Hallo? Au! Au! Springen sie wie die Ratten aus hier am Loch! Komm, Junken! Ich springe hinten raus. Irgendwie. Das war's. 26 Kills. 16 Mal gestorben. Naja! Ist okay! Ist okay! Ist okay! Aber Sieg! Sieg ist wichtig! Gut! Bis dann! Wir sehen uns! Tschüssi!